So, genau das passiert, wenn ich nicht aufpasse. Ich habe jetzt nämlich gespielt und ja, dann ist mir irgendwann aufgefallen, oh, da läuft ja die Aufnahme gar nicht. Das heißt, ich habe einfach sinnlos, wirklich sinnlos vor mich hin geblödelt und ich bin gestorben. Aber ich habe den Weg zum Ziegendämon schon mal freigelegt. Das bedeutet, wenigstens das. Nein. Nein, nein, nein. Nein. Danke. Nein. Kein Kommentar. Wie viele Seelen sind jetzt verloren gegangen? An die 60.000? Ja. Achi. Entschuldigung. So, aber trotzdem. Nope. Diesmal stirbst du. Wie gesagt, der... Ja, ich habe einfach nicht aufgefasst. Ich habe gedacht, ja, komm. Aber dann hat irgendwie das Programm gehangen und wollte nicht aufnehmen, bla bla bla. Das ist alles so Wayne. Wollte doch eh alle bloß sehen, wie ich sterbe. Ja. Ja. So. Der Ziegendämon. Oh mein Gott. Und... Ich habe Frame Drop. Au. Aufkommt. Hündchen. Und die 1. Und die 2. Halleluja. Los geht's. Nein. Au. Nein. Nein. Alles ist gut. Alles ist gut. Und... Das ist doch wohl ein Witz. Ja. Nein. 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 Ja. Alles ist gut. Ähm... Ja. Noch einmal. Noch ein letztes Mal. Dann höre ich für heute auf, weil... Ja. Ohne Motivation. Ach, komm. Komm, komm. Der muss jetzt sterben. Nein, nicht der muss. Der wird jetzt sterben. Komm, es ist nur einer. Es ist nur ein Mann. Und seine zwei Hündchen. Das wird doch wohl... Wir haben einen Hammer. Ja, das... Was wollen diese Hündchen gegen den Hammer machen? Frag ich mich da. Komm, geh weg. Assassin's Creed für den Arsch. Scheiß Assassinen. Kommt her. Mag ja normalerweise Hunde, aber ihr... Schmort in der Hölle. Nein. Nein. Die Treppe benutzen. Nein. Nein. Alter. Hans. Eilen. Nein. Au. Äh, wo ist er? Komm, 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 komm. Nein! Ich hab mich doch durchgerollt! Ich schwöre bei Gott. Dieser Pisser wird sterben. Nein, nein, nein. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist doch... Das ist doch jetzt nicht euer... Das ist jetzt nicht euer Ernst. Das... Was soll das? Was soll der Scheiß mit den Hunden? Wer hat die Hunde da reingepackt? Wer hat diese Scheißhunde in diesen Raum reingepackt? Was soll das? Hey! Es gibt einfach Sachen, die gehören sich nicht. Oh, jetzt nicht du schon wieder. So. Hey, langsam musst du dir doch mal verretten, Junge. Was soll das? Oh, oh. Oh, natürlich, natürlich, natürlich. Es könnte auch anders sein. Oh, warum nicht? Ach, warum doch nicht? Ist doch alles... Ist doch alles inzwischen scheißegal. Ach. Ach, komm, ist doch alles scheißegal, Mann. Oh, fuck, ey. Gut. Okay. Ich mach's jetzt so. Ich probier's jetzt noch ein allerletztes Mal. Ein wirklich allerletztes Mal diesmal. Und wenn's da nicht klappt, dann... Scheiß ich drauf. Dann... Dann lass ich's. Wenn's jetzt nicht klappt, dann lass ich's. Ich hab langsam echt keine Lust mehr. Ob man's glaubt oder nicht. Nein. Den muss ich machen. Oh, Gott. Fuck. Ich muss es leider machen. Warum? Okay. Das war das letzte Mal, dass ich irgendeine All-Boss-Challenge gemacht hab. Bei Dark Souls 1. Den Typen... will ich nie wiedersehen. Beziehungsweise, der Typ ist ja nicht mal das Problem. Seine Attacken kann man ausweichen. Also, theoretisch. Und an sich hält er auch gar nicht so viel aus. Das Problem sind die Hunde. Die sind der wahre Boss. Oh. Geh mal rein. Was soll's? Fuck off. Sterbe. Ja. Wir sterben, nee. Das zählt jetzt nicht als Versuch. Nein, nein. No. Ba, 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 ba. Das... Das ist jetzt gerade einfach nicht passiert. Ich... Ich hätte die Hunde vorher töten müssen und mich dann nochmal heilen. Das... Das... Ja. Wenn ich ein bisschen... Äh... Ich möchte jetzt nicht sagen... Aggressiv werde, dann... Äh... Ja. Lässt das logische Denken mittlerweile langsam nach. Dann will man einfach nur noch töten. Ich will einfach nur noch nach Hause. Lass mich doch einfach nur noch nach Hause. Ei, 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 ei. Diesmal heilen wir uns Komm schon, komm schon Was soll das? Jawohl, warum auch nicht? Okay, 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 jetzt aber Woll, ein Hund tot, ein Hund tot Yes, der zweite Hund tot Yes Yes Jesus Christ, yes Yes, Mann, ey So, so muss das sein So und nicht anders Yes, 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 alter Okay Aber ich höre jetzt für heute auf Weil Mehr schafft mein armes Herz nicht Ich mache jetzt dann das nächste Mal weiter Wenn es euch gefallen hat, äh, ja Seid ihr das nächste Mal hoffentlich wieder dabei Yes, Mann, ey Also Wir sehen uns Bis dahin Ciao